Und, Nicole, wie gefällt es dir hier? Du wunderschön! Wenn ich den ganzen Tag mehr war, muss ich duschen! Kollegen, nächste Runde geht auf den Chef! Ja! Noch einmal Gin Tonic! Das Wichtigste ist jetzt abschalten! Das Wort Polizei wird in den zwei Wochen nicht fallen. Zu Hause zeigt das nie jemandem. Danke! Ihr macht einen super Job! Und hier dafür ständig! Kuckucka! Kuckucka! Danke! Das ist total schwer, wenn der Mann dein Vorgesetzter ist. Auch ein freier Tag war immer in drei Stunden Abschnitte gegliedert. Nach drei Stunden drinnen sind wir rausgegangen, auch wenn es geregnet hat. Ich mache mir Sorgen um den Robert. Ja, er wirkt so abwesend. Als wäre er mit einem Fußball der Christine. Die zwei waren ein gutes Team, oder? Sehr gut! Sie ist nicht mehr da! Wenn ihr alle keinen Fehler macht, warum ist dann die Christine nicht mehr da? Ich möchte mich bitte dagegen verwehren, dass Empathie wahrlich ist. Ich kann auch Empathie! Ja! Danke! 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 Danke!